Ich bin nicht Hamlet, ich spiele keine Rolle mehr, meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den Bildern das Blut aus, mein Drama findet nicht mehr statt. Hinter mir wird die Dekoration aufgebaut, von Leuten, die mein Drama nicht interessiert, für Leute, die es nicht angeht. Mich interessiert es auch nicht mehr, ich spiele nicht mehr mit. Bühnenarbeiter stellen vom Hamlet-Darsteller unbemerkt, einen Kühlschrank und drei Fernsehgeräte auf. Geräusch der Kühlanlage, drei Programme ohne Ton. Mein Drama, wenn es auch stattfinden würde, wende in der Zeit des Aufstandsstadt. Der Aufstand beginnt als Spaziergang, gegen die Verkehrsordnung während der Arbeitszeit. Die Straße gehört den Fußgängern. Hier und da wird ein Auto umgeworfen. Angstkauf eines Fässerwerfers. Langsamer Fahrt durch eine Einbahnstraße auf einen unniederrubten Fahrplatz zu, der von bewaffneten Fußgängern umgestellt ist. Polizisten, wenn sie im Bild stehen, werden an den Straßenrand gespürt. Wenn der Zug sich dem Regierungsbürgern nähert, kommt er an einem Polizeicondant zum Stehen. Robben will sich aus dem Regner aufsteigen. Auf dem Balkon eines Regierungsgebäudes vertreibt ein Mann, begleitet den Sitzenden Brand und beginnt ebenfalls zu reden. Wenn ihn der erste Steigschiff zieht, auch er sich hinter die Flügeltür aus Pantenglas zurück. Aus dem Ruf nach mehr Freiheit wird verstreilt nach dem Sturm der Regierung. Manche Menschenpolizisten zu entwappnen. Schirm zwei, drei Gebäude, ein Gefängnis, eine Polizeistation, ein Büro der Geheimpolizei. Hängt ein Dutzend Handlanger der Macht an den Füßen auf. Die Regierung setzt um ein Panzer. Mein Platz, wenn die Grabe noch nach dem Börder, eben auch beiden Seiten der Kraft. Zwischendurch, dann wieder. Ich bin im Kreisdruck der Menge und werfe Steiner und Polizisten zu sagen, Panzer, 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 Panzer. Ich bin im Kreisdruck der Menge und werfe Steiner, Panzer, 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 Panzer Wir sind alle die Treppen weiter. Wir haben immer die Hände, ich habe das Recht, Lucia und Schleifte. Ich bin nicht in den Syrien. Ich bin nicht in die Stimme, ich bin nicht in der Welt. Ich bin nicht in der Welt. Ich bin nicht in der Welt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017